Herzlich willkommen zu unserem Konsorsbank Wissens Video. Mein Name ist Felix Witsch und ich betreue seit etwa drei Jahren die aktiven Kunden der Konsorsbank. In diesem Video zeige ich euch, wie den Trading Stop Loss nutzen und auch anwenden könnt. Bevor ich dieses Video anschaut, empfehle ich euch das Video zum Stop Loss, zur Limit und zum Market Order. Jetzt starten wir aber direkt in der Order Maske und wählen hier den Limit Handel. Und im Punkt Order Typ haben wir jetzt die Möglichkeit, den Trading Stop auszuwählen. Der Trading Stop hat eigentlich zwei Funktionen. Zum einen dient er der Verlustbegrenzung und zum anderen auch der Gewinnabsicherung. Das heißt, wir starten erstmal mit einem ganz normalen Stop Loss, den wir eintragen. In unserem Beispiel ist es 210 Euro. Das heißt, bei Erreichen oder Unterschreiten unseres Stops bei 210 Euro wird die Order gewandelt in einen Market Order und zum nächsten Handelwarnkurs ausgeführt. Wir hoffen natürlich auf eine positive Entwicklung von unserem Wert. Und da kommt der Abstand ins Spiel. Den Abstand können wir entweder prozentual oder absolut in Euro wählen. Um das Ganze einfach zu halten, machen wir es in einem absoluten Abstand von zwei Euro. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Der Kurs steigt. Und jetzt sagen wir mal, wir haben einen nächsten Höchstkurs bei 220 Euro. Von diesem neuen Höchstkurs wird jetzt unser Abstand abgezogen. Das heißt, die zwei Euro. Unser neues Stop Loss liegt somit bei 218 Euro. Das Ganze können wir jetzt so lange fortführen, wie der Kurs steigt. Mit jedem neuen Höchstkurs wird wieder unser Abstand abgezogen und wir haben einen neuen Stop Loss. In dem Moment, wo der Kurs fällt, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die einfache, mit der beginne ich. Unser Kurs ist gestiegen bis auf 230 Euro. Das heißt, unser Stop Loss, unser nachgezogener Stop Loss liegt bei 228. Wenn dieser Preis erreicht oder unterschritten wird, dann wird die Order gewandelt in einen Market Order und zum nächsten Handelwarnkurs ausgeführt. Wem das zu unsicher ist, der hat die Möglichkeit, das Ganze in eine Limit Order wandeln zu lassen. Hierfür brauchen wir die Toleranz nach Stop. Die Toleranz nach Stop ist immer absolut in Euro anzugeben. Hier geben wir jetzt einen Euro an. Das heißt, unser Stop Loss liegt bei 228 Euro. Unsere Toleranz beträgt einen Euro. Hier wird es ein bisschen kompliziert. Der Abstand wird nämlich nicht von unserem Stop Loss abgezogen, sondern von dem Preis, von dem Triggerpreis. Das heißt, dem Preis, der das erste Mal entweder den Stop Loss erreicht oder darunter angesiedelt ist. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, wir haben einen nachgezogenen Stop Loss bei 228 Euro und der Kurs fällt direkt auf 225, dann ist die 225 unser Triggerpreis. Von diesem Preis müssen wir jetzt den Abstand, also einen Euro abziehen und haben damit eine Limit Order von 224. Das bedeutet, es kann nur dann verkauft werden, wenn wir mindestens 224 Euro erlösen. Sollte das nicht gleich der Fall sein, dann bleibt die Order so lange am Markt, bis wir sie streichen, die Gültigkeit abläuft oder sie von einem Handelssystem gestrichen wird. Nochmal kurz zusammengefasst. Der Trading Stop ist erstmal ein normaler Stop Loss. Das heißt, wir müssen einen Stop angeben, der aber mit unserem Abstand automatisch angepasst werden soll. Für den Fall, dass unser Kurs fällt, haben wir die Möglichkeit, entweder das ganze Market ausführen zu lassen oder würde die Toleranz nach Stop als Limit Order. Soviel zum Trading Stop. Vielen Dank fürs Reinschauen. Alle weiteren Videos findet ihr auf unserem YouTube Channel. Bis zum nächsten Mal.